Free your mind, den Geist sich frei zu machen, um neu kreativ zu sein. Eine Thinktank mit Geschäftsmodell. Irgendwas, so eine Plattform, wo man freie Meinung äußert oder seine Träume auslebt. Da kannst du deine Skulptur von dir selber machen lassen. Was ist die Technikale Universität in Berlin? Wir sind ein Spinnout von der Technikale Universität in Berlin. Wir benutzen 3D-Printing in order to make models for architects and for industrial companies. Was ist die Technikale Universität in Berlin? On the one hand, Berlin ist wirklich rich in Architektur, wie hier in der Hansa area. At the same time, we have with the Technikale Universität great access to students, to interesting researchers and also they have a great incubator, which helps start-ups a lot. Das sind die Technikale Universität in Berlin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020